Untertitelung des ZDF, 2020 Leute, Willkommen zu einem neuen, einpartigen Projekt. Wir spielen Burning Thirst und ich mach mal den Sound, wie gesagt. Das Spiel ist ein Freeware-Spiel. Kann man sich so im Internet downloaden, legal. Und wir beginnen auch einfach mal sofort. Und der Ladebildschirm ist eigentlich cool, weil in der Zeit, hier kann man halt irgendwie, irgendwie sich vertacken machen. Ähm, da. Ja, sowas halt. Die Siede sind nicht so gut. Sie nennen mich Joe Mates und ich habe nicht probiert, dass ich eine verdammte Gote von Mischung probiere. Ich habe mich über die Ruinen der alten Stadt, die die Infektionen von infektoren. Die Siede sind nicht so gut, dass die letzte Brot von Whisky war in Perdition City. Kustodiert wurde von einem alten, der Sargent Bruce Krauser. Aber ich bin nicht bereit, dass sie mit ihr. Nicht die letzte Brot. Nicht mit dieser Siede. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, es scheint, dass das nicht eine Mission der Infiltration sein wird. Im Endeffekt hat der Sigil niemals mitgebracht. Es geht halt irgendwie um die letzte Whiskyflasche. Bam! Und nicht wundern, dieser Effekt, der ist immer da. Dieser komische, so wie, so ein Film-Effekt halt. Wie nennt sich das noch gleich, diese alten Filme? Ähm... Ach, ich wusste mal, das Schalter, also die oft solche, eben solche Schleier hatten. Oder nicht Schleier, sondern den... Halt nicht. Sowas halt, ne? Und ja... Moment, was kann man hier... Ach, damit halt man sich anscheinend. Aha. Also irgendwie Mutanten und Zombies. Los! Zombies, Prisionärer? Diese Mutanten werden sich niemals überraschen lassen. Was wird das nächste? Okay. Bam! Ja, ich hab auch Blut eingeschaltet in dem Spiel, ja. Das ist ganz... ganz total. Und ähm... Ja. Also hier gibt's paar Kombos in dem Spiel, und ja. Tranquilo! Hay muchas mas! Und irgendwie das Menü... sah finde ich aus wie bei Call of Duty Modern Warfare. Ähm... Halt bei Modern Warfare. Also beim ersten, also Call of Duty 4. So sah das für mich aus, ähm... Glaub ich. Soweit ich das in der Rastlange hab. Jetzt kommst du, oder was? Als ob du irgendwie... deutlich stärker sein wirst. Ja. 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 Also Indie-Spiel nehme ich eigentlich an sich gerne auf, weil ähm... die gehen halt ziemlich schnell durch und ... ist es auch oft manchmal sind ja auch witzige stories ja gut wie das spiel jetzt ist weiß ich noch gar nicht hier den ersten habe ich schon sofort man bekommt ja auch voll selten schaden in dem spiel oh casino snake eyes ich habe mich wie das ausschaut in dem spiel zu sterben so jetzt mache ich hier wieder mal ja hallo ich habe doch b gerückt so zack barm junger und nochmal b ich spiele es ja immer noch mit dem playstation 4 controller das mache ich immer mit einem einem programm emuliere ich mir das quasi für die schirm zack irgendwie hier sonst nichts mehr ich nehme mal hier das leben mit zack ach so hier gibt es auch noch diese special attacks genau das sind die special attacks hier gibt es noch irgendwie so ein gas an die schädlingsbekämpfung na ja die tür geht nicht mehr zurück ich wollte mir mein leben stammt bis hier vielleicht noch irgendwie leben hört sich mal der schlecht spielt oder so hier gibt es nichts okay ach so zack das sind kastanaten oder oder was soll es sein das ist hallo ich wollte man wenn special attack machen beim ja ist gut verdammt ja ist gut verdammt was ist denn los oh man und das ist jetzt was war das denn ach so was und jetzt ja okay okay ladies und gentlemen das war burning das ziemlich kurzes spiel witzel nach noch hat irgendwie es hat was dafür dass es kostenlos ist das ist voll okay passiert hier noch irgendwas ach so ja gut dann würde ich mal sagen dass man sich in den nächsten projekten sieht jetzt zurzeit läuft der dark souls und was demnächst läuft also für ein projekt was ich aufnehmen möchte weil noch nicht recht irgendwas extra gleiches kurzes mal gucken ich verabschiede mich bis dahin euer echos tschau ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018